Oh, willkommen Leute, wir sind... Hä? Nein, nein, nein. Jim Lee, was hast du schon wieder gemacht? Wir sind wieder im Gefängnis. Ich hab gar nichts gemacht und wir sollten hier ausbrechen, Dinky. Aber wie können wir hier ausbrechen? Eine Million Dollar Kopfgeld drauf. Oh, diese Folge wird richtig spannend. Lasst ein Like und ein Abo da und schaut das Video unbedingt bis zum Ende an. Und hier ist eine Skibidididididitoilette. Nein! Ja, die kannst du kaufen, aber ich will die nicht kaufen. Ich will abhauen. Ich auch. Warte, wir müssen irgendwas holen. Wir müssen es anklicken. Los, schnell, Dinky. Warte und... Oh Mann, das muss doch irgendwie gehen. Wir brauchen irgendeine Schaufel oder so. Das stimmt, aber warum funktioniert das nicht? Wir sollen das essen, wir sollen das essen. Warte, hier essen, essen, essen. Ich hab den Löffel und damit können wir endlich runtergehen. Komm mit, Dinky. Wir boden uns runter, genau. Wow, das ist mega, Leute. Und weiter geht's. Wow, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hä? Wir müssen hier irgendwas sammeln. Ne, das brauchen wir nicht. Wir müssen hier springen. Komm. Wir müssen einen Jump'n'Run machen. Und darunter ist Lava. Oh, das geht immer runter. Ah, das geht immer runter, Jim Bly. Oh, verdammt. Oh nein, das war gar nicht gut. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Und zack. Und zack. Okay, wir schaffen das. Oh, sehr gut. Hast du's geschafft, Niki? Nein. Oh Mann. Ich will das nicht kaufen. Die sollen mich aufhören zu nerven. Und zack. Ja, ich hab's geschafft. Achtung, Niki. Naja, da fällt immer was weg. Da musst du aufpassen, okay? Oh, oh. Da können wir, glaube ich, nicht lang. Guck mal, da ist die Polizeifrau. Die wartet auf uns. Wir müssen aber da lang. Ich muss da lang. Anders geht's doch gar... Hä? Hast du gesehen? Die ist einfach abgehauen. Boah, stimmt. Die haut vor uns ab. Oder zeigt sie uns den Weg. Aber wo ist sie hin, Leute? Und ich dachte, die ist böse. Das ist doch böse eigentlich. Okay, wir müssen hier das anklicken. Zack. Hä? Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und zack. Hast du's geschafft, Niki? Nein. Nein, ich hab's nicht geschafft. Leute, Niki ist da einfach in die Lava gefallen. Die sieht richtig heiß aus. Ich hoffe, Niki schafft das. Okay. Nee, geh. Ja, ich schaff das schon. Guck mal. Du schaffst das. Yippie. Sehr gut gemacht. Bist du Nix. Okay. Das ist sehr gut, Niki. Das heißt, ich werde jetzt hier draufklicken. Und jetzt können wir hier reingehen. Guck mal, wie cool das ist. Oh, das Tor geht auf. Nice. Mhm. Aber, boah. Sehr gut. Wir können hier hochgehen. Okay, ich kenne den Fluchtplan, Niki. Wir müssen jetzt nur noch hier nach oben. Wow. Wir fliegen. Ich hab's geschafft. Ah, da rein. Okay. Sehr gut. Guck mal, die hat Bilder von uns. Komm mal her. Stimmt. Das ist voll gruselig. Wir werden gesucht. Nein. Ah. Nein. Oh mein Gott. Ich bin hier runtergefahren und jetzt jagt die Milch. Du musst hier schnell durchlaufen, Niki. Schnell, beeil dich. Wo müssen wir denn langlaufen? Oh, das ist schnell zur Treppe. Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Okay. Ich bin da oben. Hier, komm mit ihrem Knüppel. Vorsicht. Ja, du hast recht. Ich muss zu dem Knopf da, Leute. Ich muss den Knopf berühren. Mal gucken, was da passiert. Und zack. Ist da irgendwas passiert, Niki? Ich glaub, du musst rüberlaufen, damit sich das Tor öffnet. Oder? Okay. Ja. Da war die Klappe. Das war diese Klappe hier. Wow. Und dann jump it. Wow. Ich hab's geschafft. Ich auch. Sehr gut. Oh, super. Ehrlich? Ja, natürlich. Du bist der Beste. Okay, wir dürfen nicht in den roten Punkt rein. Wow. Die Laserradare. Das war so. Da war so eine gruselige, gruselige, gruselige Wächterin. Du darfst die. Oh, oh. Das ist gefährlich. Wow. Oh, ich bin hier drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und rüber, 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 rüber. Sehr gut. Komm, steh rein. Hä? Hey, die macht hier Party. Ich hab hier Reset gedrückt. Guck mal. Drück mal drauf. Meinst du wirklich, wir sollen da drauf drücken? Oh, na schön. Okay. Guck mal, hier müssen wir Stühle nehmen. Irgendwie. Siehst du das? Stühle. Wir müssen uns da drauf. Hä? Stimmt. Warte mal. Vielleicht können wir den da hin platzieren. Warte. Ich werd meinen einfach hier hin platzieren. So. Hey. Der hat meinen Stuhl kaputt gemacht. Wow. Ich hab's geschafft. Warte. Das muss ich auch schaffen. Du musst dein Studio oben hin machen, dann geht das. Ah, super. Wir haben's geschafft. Jim Lee. Ah, das sieht aber jetzt ehrlich gefährlich aus. Was ist das denn hier? Ja? Das ist ehrlich gefährlich. Guck mal. Man kann hier die einfach so rüber tun. Dann hast du so einen Weg. Du kannst den einfach nehmen. Aha. Und jetzt platzieren. Zack. Mach's dir leid. Boah. Ah. Jetzt. Ach, Mann. Niki. Du musst aufpassen. Ah. Schon wieder. Ach, Mann. Wie kann das denn passieren, Niki? Das ist voll einfach. Und drüber gehen. Du weißt auch, ich bin ein kleiner Dussel manchmal. Hm. Okay, Leute. Niki muss das auch machen. Er jumpt drüber. Und jetzt muss er nur noch hier rüber jumpen. Yippie. Hat's geschafft. Geschafft. Boah. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht hier. Oh. Wah. Hä? Die ist einfach geflohen. Hier können wir rein. Komm her. Bei mir war Kaka. Das ist voll eklig. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Ich bin auf einmal, na ja, darunter gefallen und schauen wo wir jetzt sind. Jetzt müssen wir einen kleinen Parcours wieder machen. Wow. Hört ihr das auch? Es gibt mir die Bob, Bob, Bob. Yes, yes. Oh. Ich hör. Ich hör, ich hör nur Niki, wie er schreit. Und jetzt muss ich jumpen. Wow. Wow. Das war knapp. Wow, Niki, du bist voll der Profi. Oh, ich hab wirklich Glück gehabt. Oh, ich schau dir zu. Du musst das schnell machen. Die Nägel gehen runter. Oh. Aber die gehen nicht komplett runter. Nur ein bisschen kurz. Ah, okay. Wow. Geschafft. Jawohl. Komm nach oben, Niki. Jim Lee. Warte kurz. Und jetzt mach ich das first. Hä? Ich hab, ich hab was für dich. Was denn? Was hast du? Wir sollen jetzt unseren Leuten sagen, dass sie liken sollen. Okay, du zählst runter. Komm. Okay. Drei, zwei, eins. Liken, Leute. Liken und abonnieren. Das ist wichtig. Genau. Okay. Wir klicken jetzt auf den roten Button drauf. Hm. Okay. Da ist bis jetzt nichts passiert. Oh, hier. Die sind aufgegangen. Diese Treppen. Meinst du, wir können da einfach drüberjumpen? Wow. Wow. Oha. Das ist voll einfach. Aber sag mal, wo muss ich jetzt lang? Warum komm ich da nicht rauf, Jim Lee? Ich komm immer unten drunter nur. Du schaffst das. Ich glaub an dich, Niki. Du bist der Beste. Schon wieder runter. Oh, das ist doof. Niki. 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 Wir müssen ihn anfeuern. Komm schon. Und jetzt rüberjumpen. Habt ihr? Oh, nein. Warum? Das macht er denn. Weiß ich nicht. Das schafft sich irgendwie nicht. Ah. Habt ihr auch so einen tollen Freund wie Jim Lee? Dann müsst ihr den immer gut behandeln. Und Jim Lee glaubt immer an mich. Ja, super. Ich hab's geschafft. Ja, yippie, Leute. Wir haben an Niki geglaubt. So sieht's aus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, Niki. Ich glaub nicht. Die Tür geht nicht auf. Aber Jim Lee geht auf. Wirklich? Ich hab die aufbekommen. Ja, ich bin hier durchgelaufen. Guck. Oha. Du bist seitlich gegangen. Oha. Das fällt aber alles so rum. Oh mein Gott, du musst dich beeilen, Niki. Da ist irgend so eine Trophäe. Aber, hä? Was denn? Das ist einfach so ein Grün-Trophäe. Nee, das will ich nicht. Warum stimmt da unten ein Seepferdchen? Das ist nicht gut. Wir haben die Smaragd-Trophäe gefunden. Okay, let's go. Ich will nicht. Ich will wieder raus. Ich will ja ganz bestimmt wieder raus, Leute. Komm, wir quetschen uns da durch. Das war wohl ein Cheeseburger zu viel. So, komm. Hey, wie hast du das geschafft, Niki? Du musst seitlich reingehen. Seitlich. Ja, perfekt. Okay, ich hab's geschafft. Ich geh runter, Ed. Hä? Du musst jetzt laufen. Hä? Warte, ich lass den Gefangenen frei. Hier. Ja, lass ihn frei. Der sieht aus wie einen, den ich kenne. Ja, ja, wirklich? Wie heißt der? Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wir müssen ihn freilassen. Nein. Nein, sie hat mich. Ach, Mann. Mich hat sie gleich auch. Oh, nein. Die blöde Schnee hat mich hier gefangen. Oh, Mann. Oh, wir müssen das normal machen, Leute. Oh, nein. Alle freilassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst schnell alle freilassen. Alle Gefangene müssen frei sein. Ja. Sehr gut. Wir brauchen aber noch einen Gefangenen. Den da. Genau, den dritten. Wir brauchen drei. Komm, 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 komm. Oh, ja, super. Wir haben es geschafft. Die ist dicht hinter mir. Jetzt liegt sie und die hat einen Schlüssel. Den brauchst du, Niki. Hä? Bei mir wurde nur eins von drei gezählt. Ah, nee. Jetzt. Du musst noch einen nehmen. Und dann musst du den Schlüssel nehmen und den stecken wir rein. Komm schon, stecken wir ihn gemeinsam rein. Drei, zwei, eins. Let's go. Oh, super. Hier, wir müssen hier. rein in den Zug, glaube ich. Ja, bist du sicher? Ich wäre aber jetzt nicht Zug fahren. Ich will Entkommen. Nein, ich bin drinnen. Du musst dich reinsetzen als Lokführer. Oh, super. Ich bin der Lokführer, Leute. Wie cool ist das denn? Wir sind auch mega schnell. Hä? Warte mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier steht hier lang. Okay, lass uns mal rein. Oh, schnell hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Die Polizei ist mit dem Auto unterwegs. Oh, wir dürfen. Oh, nein, verdammt. Wurdest du gefangen? Sie hat mich gefangen. Ich warte hier auf dich. Komm, schnell. Du schaffst das. Okay, ich schaffst das, Leute. Und jumpen. Und jumpen, Leute. Oh, oh. Ich schaff das, Niki. Ich hab's geschafft. Na, sehr gut. Oh, ich dachte schon, es wäre vorbei. Wir sind die besten Einbruchbrüder. Oder Ausbruchbrüder, besser gesagt. Ausbruchbrüder. Und jumpen. Nein. Oh, Mann. Man muss da richtig jumpen. Ich hasse das. Ich kann das nie. Meine Arme. Ah. Meine Arme sind irgendwie so komisch nach hinten. So. Ja, meine auch. Ah, jumpen. Schaffst du's, Niki? Ja, natürlich. Komm, du musst das schaffen. Ich schaff das schon. Wow. Ich hab's auch geschafft. Oh, oh. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich, Leute. Wow. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Wichtig, wichtig. Ich mach einfach die Naruto Speedrun. Die Naruto Speedrun. Und ja. Super. Wir haben's geschafft, Jim Lee. Die hat's auch geschafft. Sehr gut. Jetzt müssen wir runter. Wow. Nein. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die Waffe hier nehmen. Schnell, 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 schnell. Was? Nein. Ah. Ich wurde gefangen. Och, Mann. Ich wette. Oh, mein Gott. Die wird immer größer und größer. Wow. Ah. Oh, mein Gott. Äh, äh, Niki. Ja? Ich hab's geschafft. Ich hab's so einen grünen Schlüssel. Du musst das schaffen, Niki. Komm schon. Ich hab' irgendwie auch ein... Nee, nee, hab' ich nicht. Ah, ich wurde schon wieder gefangen. Oh, Mann. Du schaffst das, Niki. Ich glaub' an dich. Warte so lange hier. Okay. Ich muss sie abschießen, glaub' ich. Ja, triff sie. Du schaffst das, Niki. Komm schon. Aber irgendwie. Oh, nein, nein, nein. Nein. Ich hab's schon zur Hälfte runter. Nein. Mann. Ich muss das nochmal probieren. Jetzt, Niki. Okay, komm. Wir schaffen das jetzt. Wir stellen uns direkt hier hin. Niki. 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 So, komm. So, komm, komm. Nein, sie läuft noch nicht. Du musst abhauen, abhauen, abhauen. Du musst abhauen, vor ihr. Sie läuft noch nicht. Sie muss auch nicht laufen, du musst nur fertig machen. Naja, aber es wird mir nichts angezeigt. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich hab's geschafft. Oh, das war sehr, sehr knapp. Wusste ich doch. Sehr gut, Leute. Niki hat's geschafft. Wir gehen rein hier. Warte. Komm. Schlüssel aufheben. Und reinstecken. Äh, Niki. Oh, oh. Wir müssen hier Auto fahren. Zusammen? Ja, ich weiß nicht. Nein, alleine, aber... Was ist das hier? Wow. Das ist voll das komische Auto. Oh, wir müssen boosten. Ah, ich bin runtergeflogen. Oh, wir müssen zwischendurch boosten. Aber wie boostet man hier? Ich mach das auf G. Oh, du hast recht. Okay, ich werd's jetzt komplett rasieren. Das ist wie eine GTA-Rampen-Map. GTA-Rampen-Map, was ist das? Wenn ihr GTA kennt, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Oh, nein. Ich glaub, wir müssen die ganze Zeit boosten. Das hört sich lustig an, Niki. Jumping. Ich mach immer Leertaste. Nein. Ach, Mann. Ich war doch so nah dran. Okay. Komm, komm, komm. Ich schaff das jetzt. Du schaffst das, Niki. Ich glaub an dich. Ja, super. Das ist das Ende, na. Ja, komm. Niki. Boah. Wir haben's geschafft. Super. Ich hab's geschafft. Trampoline. Ui. Trampoline sind die besten, Leute. Da springe ich sowas von drauf. Wow. Komm, schnell her, Jim Lee. Nein, das war doch perfektes Timing. Komm, Jim Lee. Jim Lee, du schaffst das schon. Lass jetzt ein Like bei Jim Lee da. Komm, und bei mir natürlich auch. Match. Genau. Und drei, zwei, eins. Boah, wie cool. Ich glaub, wir können es einfach hier rausgehen, oder? Kopfplatzieren. Wir müssen hier einen Kopf suchen. Welchen Kopf denn? Was macht die da? Ah, hier oben ist der, guck mal. Ah, Hilfe. Nein, ich wurde erwischt. Welcher Kopf denn? Was redest du? Da liegt ein Kopf. Du musst den holen. Ich seh keinen Kopf, Leute. Oh. Hä? Du musst hier schnell hoch. Guck mal, hier sind Pfeile. Ja, stimmt. Da sind wirklich Pfeile. Oh mein Gott. Hoch hier. Nein, nein, nein. Ich werd jetzt wieder sterben. Und hoch. Und noch ein Stück. Oh, und noch ein Stück. Ja, ich glaub, ich hab ihn. Leute, ich hab ihn. Ja, hast du. Hast du wirklich? Oh, super. Und rüber. Hä? Nein. Mann, oh. Nein. Oh, ich wurde erwischt. Wie kann das denn sein? Ich war doch schnell. Oh, das ist doof. Weiß ich nicht. Das ist wirklich anstrengend. Voll doof, Mann. So, ganz schnell hoch, Jim Lee. Komm. Wir dürfen nicht aufgeben. Niemals aufgeben, Leute. Wir schaffen das zusammen. Ich wurde schon wieder erwischt. Warum wirst du immer so schnell erwischt, Niki? Weil du mir grad vor die Linse gelaufen bist. Aha, dann laufe ich dir nochmal durch die Linse. Nein, mach das nicht. Wir wollen das doch zusammen schaffen. Wir müssen uns als Ausbruch, Brüder. Genau. Wir müssen zusammenarbeiten. So. Okay. Die ist da unten und macht irgendwas. Was macht denn die da? Ich hab Angst vor der. Siehst du die? Wir müssen die irgendwie, glaube ich, ablenken. Also, wieder zurücklaufen. Weil die ist irgendwie böse. Aber wie, Leute? Ich hab keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Oh, Niki, pass auf jeden Fall auf. Ich hab das platziert, aber warum funktioniert das nicht? Schreibt's gerne in unsere Kommentare, wenn ihr wisst, woanders liegt. Nicht, wie das laufen soll. Vielleicht müssen wir woanders lang. Ich weiß es nicht. Nein, das ist der richtige Weg. Aber, dass wir dann da runterfallen und das platzieren, die hat doch so Laseraugen. Ja, die müssen wir irgendwie... Schreibt's jetzt in die Kommentare. Ich hab nämlich keine Ahnung. Was denn? Ich hab... Drück mal nochmal X. Ich hab da irgendwie den Kopf von der geklaut. Du musst den Kopf klauen. Ja, du musst auch mal X drücken. Hab ich, hab ich, hab ich. Ah, warte. Nein! Ah, jetzt verstehe ich das. Und dann kommen wir... Oh, nein. Jetzt hab ich's verstanden. Jimbly, du bist echt gut. Du bist ein guter Detektiv. Ja, ich bin der Detektivmeister und deswegen werde ich jetzt hier Niki helfen, Leute. Ich werde alle Systeme hacken. So. Okay. Du, wenn du den Eimer hast, musst du den herlocken und dann X drücken. Dann klaust du dir den Kopf und tust ihn hier drauf. Nein, den darf man nicht drauf tun. Doch. Nein. Warum war denn der Kopf sofort wieder da? Das verstehe ich nicht. Hast du das geschafft? Äh, ja. Und, äh, Niki? Ja. Da ist eine Riesenarmee von denen. Ich warte so lange hier auf dich. Ja, genau. Oh. Okay. Also, jetzt glaub ich den Kopf. Und ich hab den Kopf. Nein! Eine Ewigkeit später. Okay, letzter Versuch. Ich hab jetzt den Dings. Hat sie jetzt den Kopf? Oh, Mann! Das ist doof. Ich mag das Spiel nicht. Ach, Mann. Ich geb's jetzt ein letztes Mal. So. Niki, wenn du da oben bist, musst du von da oben X drücken. Ja, mach ich. Guck mal. Ich hab das jetzt. Ich hab den Eimer in der Hand. Jetzt drück ich X. Ja, du musst sie erst mal anlocken, bis sie da unten ist. Sie ist doch bei mir schon. Jetzt hab ich X gedrückt. Aber... Hast du den Eimer, hast du den Kopf in der Hand? Nee. Warte, bist du den Kopf in der Hand, Tass? Ich hab aber, ich hab, ich hab den eben... Okay, jetzt drück ich nochmal X. Und dann verliere ich dir aber den Kopf sofort. Nein, das ist egal. Drück einfach X. Ja, jetzt wurde ich, weil du sie hochgeboostet hast, wurde ich gekillt. Toll. Hä? Es geht gar nicht. Doch, du hast sie gerade hochgeboostet und hat sie mich mit ihren Laseraugen getötet. Aha, Mann. Genau, spring, Niki, du schaffst das. Oh mein Gott, hoch, renn wieder zurück, renn wieder zurück. Ich bin unterwegs. Gott, nein, Niki, du schaffst das, du kriegst das hin. Ja, natürlich, ich hab das eben auch gut hingekriegt. Okay, jetzt nimm den Eimer. Ja, jetzt hab ich ihn in der Hand. Warte. Warte, jetzt hängt die da fest. Du musst warten, bis sie zu dir kommt. Dann musst du ihn auf hier werfen, auf hier werfen. Habe ich. Guck. Nein, nein, du hast ihn nicht auf hier geworfen. Ja, wie soll ich das? Du musst nochmal X drücken. Ja, ich muss jetzt warten, bis du wieder, der neue Eimer kommt. Ja, genau, warten, bis der neue Eimer kommt und dann auf sie werfen. Ja. Jetzt oder was? Ja, jetzt. Ja, mach. Und, hat's geklappt? Nein. Das funktioniert so nicht. Kann ich die Hand lenken? Nee, du kannst den nicht da springen gleich. So, okay. Jetzt? Es funktioniert bei mir nicht, Jim Lee. Was ist das denn für ein... Doch, doch. Nein, es funktioniert nicht. Ich muss warten, bis jetzt der neue Eimer kommt. So, ich hab einen neuen Eimer. Okay, drück mir jetzt X. Nein, das geht nicht. Also, länger. Nein, 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 das ist nicht. Jetzt wurdest du gefangen. Also, Jungs und Mädels, leider habe ich das Level nicht geschafft. Und ich würde sagen, schreibst du mir in die Kommentare, wenn ich das nochmal probieren soll. Auf jeden Fall, lass unbedingt ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall Jimlis Video ab. Oder diese beiden, die hier oben sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.